Naja, da könnte man schon fast etwas böse werden. Liebe Leute, es geht hier um die Bundesärztekammer. Das war der 124. Deutsche Ärztetag. Das war ein Online-Ärztetag mit einem Beschlussprotokoll. Und dieses Beschlussprotokoll möchte ich mit euch mal kurz durchgehen. Denn, nicht weil es am 4. oder 5. Mai war, sondern ich wurde auf Folgendes aufmerksam durch diesen Kanal Politik Spezial durch Herrn Markus Gärtner. Und ich kann es jetzt nur hier verlinken. Und ihr geht dann weiter, um euch diesen ganzen Kram selber durchzulesen, auf dass ihr das auch glaubt. Ich dachte, naja, obwohl es passt dazu. Worum geht es? Da steht doch in diesem Beschlussprotokoll tatsächlich, das Recht auf Bildung kann nur mit einer Covid-19-Impfung gesichert werden. Das passt doch aber wieder mal dazu, zum Thema. IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Also Bildung nur noch mit Impfung. Gucken wir uns mal die Textstellen an. Hier haben wir dieses Protokoll. Und ich suche mal schnell gleich Recht auf Bildung. Tja, hier steht es. Der Beschluss, das ist dieses, aus diesem Protokoll. Der Beschluss heißt im Wesentlichen, der Ärztetag vor der Bundesregierung auf unverzüglich eine Covid-19-Impfstrategie für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und vor Einsätzen des Winters. 2021, 2022, das ist also jetzt, der kommende Winter, umzusetzen. Dazu gehört es unter anderem, die Forschung zu Impfstoffen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, sofort unter 16 Jahren, sofort und nachhaltig mit ausreichend finanziellen und organisatorischen Maßnahmen zu fördern. Hinreiche, adäquate Impfstoffe zu bestellen und zeitnah auszuliefern, proaktiv mediale Kommunikation. Die mediale Kommunikation, die kennen wir ja, für die Impfung von Kindern und Jugendlichen vorzubereiten und umzusetzen, sowie Kinder- und Jugendärzte in Praxisklinik und öffentlichen Gesundheitsdienst und Hausärzte als Drehscheibe für Kommunikation und bei kurzfristiger Impfdurchführung zu unterstützen. Ist ja logisch, weshalb das so medial und von den Ärzten unterstützt werden muss, denn der Arzt ist ja eigentlich die Person des Vertrauens, eigentlich. Begründung, ca. 14% der Bevölkerung sind jünger als 16 Jahre und können mit den derzeitig verfügbaren Covid-19-Impfstoffen nicht geimpft werden. Um in unserem Lande eine Herdenimmunität gegen die SARS-CoV-2-Pandemie, kann ich gar nicht sagen, zu erreichen, muss diese Lücke unbedingt geschlossen werden. Auch Kinder und Jugendliche haben deutliche gesundheitliche Risiken infolge einer SARS-CoV-2-Erkrankung. Deshalb muss die Immunität auch für diese Gruppe durch eine Impfung und nicht durch eine Durchseuchung erzielt werden. Das Recht, jetzt kommt der Satz, das Recht auf Bildung mit Kita und Schulbesuch kann im Winter 2021 nur mit einer rechtzeitigen Covid-19-Impfung gesichert werden. Ohne rechtzeitige Impfung, insbesondere auch für jüngere Kinder, führt ein erneuter Lockdown, Aha, da ist er schon, für diese Altersgruppe zu weiteren gravierenden negativen Folgen für die kindliche psychische Entwicklung. Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien mit Kindern nur mit geimpften Kindern zurück. Tja, jetzt könnt ihr euch selber darüber Gedanken machen und ihr könnt es auch kommentieren. Allerdings, ich möchte keine Schimpfkommentare, das kostet nur Zeit und Nerven. Also das bringt auch keinem was. Alles voll zu schmieren mit eigenen Standpunkten, das können wir uns auf diesem Kanal hier schenken. Klappte bisher ganz gut. Tjo, also wie gesagt, hierzu verlinke ich euch und ihr müsst dann auf jeden Fall zum kompletten Video gehen, denn darunter gibt es auch einen Link. Das ist auf Telegram und da kann man sich die ganze Sache komplett anhören. Kann ich euch, wie gesagt, in diesem Fall nicht, sondern da müsst ihr euch dann mal selber durchklicken, aber so schwierig ist das ja nicht. Gut, also immer wieder meine Hochachtung an Herrn Gärtner, weil der Mann, der kümmert sich um uns. Na dann, also, merkt ihr was? Die Unbildung soll gefördert werden und damit wir das nicht zulassen, machen wir was. Das steht auch im Buch. Das war wieder Selbstwerbung, weiß ich. Aber ich glaube, wir sollten diese Gedanken immer weiter teilen. Damit werden wir noch retten, was zu retten ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Feiertage jetzt erstmal und an die Männer sauft nicht so viel. Tschüss. 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 Vielen Dank.